hallo hallo hier ist mafel 1972 heute unterwegs auf im tiger p und das ist heitier gefecht und ihr seht jetzt mal was passiert wenn man so ein tiger von alleine lässt ich will hier links gehen ganz klare geschichte wir haben noch nicht mal td im gegner team ist ein td und das ist ein komisches ganz komisches matchmaking aber wollen wir durch also ich fahre hier auch safe an weil ich dachte okay ich will mir von der su 152 erstmal keine schmettern lassen also anfahrt dauert einen moment ja es hat ein tigerpanzer das ding rollt halt so 30 35 bin offen aber im tigerpanzer keine angst das ding ist im machine 160 abpraller gegen 233 einschlag 135 was will er eigentlich 160 es knallt nur so also 615 gebaut 233 ausgeteilt wäre geschichte ich mache erst mal die tanne weg das ist eine kiefer kiefer weg um ein bisschen tarnung und jetzt ein bisschen blind in se busch wenn wir schon keine anderen targets haben dann immer so 152 steht er bestimmt irgendwo die die braucht blind was einfach rein ich meine tigerpanzer hat genug munition und das darf man nicht machen quer von tiger die mate fährt auch vorbildlich zurück damit ich noch mal saftig rein würden kann ja da ist ja einer hallo einfach rein also schießt doch vorbei weiter geht's es steht 30 ganz entspannt nochmals sagt einen rein lösen und weiter fahren so ein tigerpanzer kann doch einfach nicht anhalten also ich meine wenn man einmal im tigerpanzer drin sitzt dann kennt ihr nur eine richtung sagt vorwärts ich meine das willst du machen in so einem panzer im heitier gefecht hier kurz vor hallo gesagt egal nehmen wir uns den schuss auch noch treibstoff stand angesteckt das ding 70 ich meine das passiert wenn der tigerpanzer über den gegner drüber rollt 2643 im sechser siebener gefecht einfach durchgerollt passiert ist jetzt nicht so dass man außergewöhnlich gutes team hatten oder dass der gegner besonders schwach war oder so aber ihr seid auf dem tigerpanzer getroffen ich sag nur lasst ein abo da dann fahr ich eventuell noch mal öfter den tiger und ansonsten sehen wir uns im nächsten video